Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal keine Anleitung. Ich möchte euch heute verschiedene Muster zeigen, an denen ich gerade sitze und ein bisschen rumtüftle. Ich bin mal gespannt, wie ihr sie findet. Ich mache auch so ein paar Vorschläge, wo man sie benutzen könnte, was ich mir so dabei gedacht habe. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann lasst es mich bitte wissen. So, fangen wir mal an mit... Dann fangen wir mal an mit dem einzigsten gestrickten, der Rest ist nämlich alles gehickelt. Und zwar habe ich da dieses. Das ist jetzt die Vorderseite. Und wenn wir es ein bisschen lang ziehen, haben wir so eine kleine Netzoptik. Und das ist die Rückseite. Und ich finde, beide Seiten sind wirklich sehr anschaulich, ob jetzt die Vorder- oder die Rückseite. Wie sich das Muster im Dreieck verhält, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Also ein Dreieckstuch, wie gesagt, weiß ich nicht, weil ich es noch nicht im Dreieck ausprobiert habe. Bis jetzt nur auf gerade. Und da habe ich gedacht, da könnte man vielleicht so eine Art, eine leichte Sommerjacke machen. So für den Frühling oder so. Oder als Sommerschal. Oder... Als Kissenbezug denke ich mir eher weniger durch die ganzen Löcher. Als Tischläufer würde es sich auch nicht eignen, weil es ist, wie ihr seht, 3D. Also da habe ich so an so eine Sommerjacke gedacht, Sommerpulli. Oder halt ganz schlicht als Sommerschal. Im Dreieck müsste ich es mal noch ausprobieren, wie es dann da kommt. Muss ich es mal so vorstellt. Moment, ich klappe mal ein. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Möchte ich mal gucken, wie sich das mit den Verdopplungen verhält. Wie es dann fällt. Also das ist jetzt Muster 1, an dem ich da gerade so ein bisschen sitze. Und probiere. Das ist jetzt sehr gut gestreckt. Und das ist dann nicht gestreckt. Und nochmal die Rückseite. Nicht gestreckt. Und Moment. Gestreckt. Also wie ihr seht, eigentlich sind beide Seiten sehr, sehr schön. Und auch sehr gut zum Anschauen. Wenn ihr da noch Ideen habt, wofür sie noch geeignet sind, außer jetzt für eine Sommerjacke, Schal oder zarten Pulli, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, weil das Muster gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, das war es jetzt zudem. Dann das ganz bunte. Ich habe jetzt noch keine Fäden vernäht. Also die sind wirklich vom Ausprobieren jetzt hierher. Wie ihr seht, hier habe ich mit drei Farben gearbeitet. Und wir haben hier dazwischen jetzt immer die einzelnen Fenster. Und so kleine Stege. Da weiß ich aber gar nicht, ob das Muster euch überhaupt gefällt oder ob ihr sagt, ach nee, was ist das für ein Müll? Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Es ist ein sehr dehnbares Muster in die Höhe. Moment. Ich zeige es euch mal. Da. Sehr, sehr dehnbar. Also für eine Tasche oder sowas gänzlich ungeeignet. Aber vielleicht so als kleinen Poncho oder als Kissen eher auch nicht durch die großen Löcher. Nur vielleicht auch so als Schal. Könnte ich mir vorstellen. Pulli auch nicht. Dafür sind mir die Löcher einfach zu groß. Also hier bin ich wirklich noch am Überlegen, was man mit dem Muster machen könnte. Wie ihr seht, das ist auch sehr flexibel. Sehr dehnbar in alle Richtungen. Also das muss wirklich schon dann was sein, wo nicht so viel Druck auf die Maschen kommt. Aber bei dem weiß ich halt nicht, ob euch das überhaupt gefällt oder ob euch das zu bunt ist. Weil mit zwei Farben habe ich es probiert, da sieht es eher langweilig aus. Also drei Farben müssten es schon sein, damit man einfach ein schönes Farbenspiel drin hat. Also lasst mich mal wissen, ob euch das Muster gefallen würde. Und wenn ja, als was. Weil viel Druck darf halt wirklich nicht drauf kommen. Es ist halt wirklich sehr, sehr, aber wirklich mega flexibel. In alle Richtungen. Aber irgendwo, finde ich, hat es schon seinen Reiz. Also irgendwas hat es. Aber ich bin mir noch nicht richtig sicher, für was. So, dann geht es weiter. Das hier kennt ihr ja schon aus dem Community-Bereich. Hier habe ich jetzt soweit gebastelt, dass ich damit echt zufrieden bin. Da setze ich mich jetzt bald an das Tuch dran. Aber ich kann euch noch nicht versprechen, dass das recht schnell erscheint. Weil es hat sich jetzt, ja, einige Wünsche ergeben, die auch noch dann mit rein möchten. Hier haben wir es dann immer in diesen Übergängen. Ist das so leicht überlappend. Da seht ihr es. Hier haben wir eine schöne Zierkante. Und dann über die Zierkante, wie so ein kleiner Wasserfall, gehen dann die Maschen. Und das ist die Rückseite. Die ist dann ganz, ganz glatt und eben. Und das Muster sieht auch einfarbig sehr, sehr gut aus. Habe ich schon ausprobiert. Gefällt mir auch sehr gut. Also, das wird dann ein Dreieckstuch. Aber das kennt ihr ja schon aus dem Community-Bereich. So, weiter geht's. Das kennt ihr noch nicht. Das wird so ein halbrundes Tuch. Das wird kein richtiges Dreiecktuch, sondern so ein halbrundes. Wie ihr seht, das schlägt hier so eine halbrunde Form. Und wenn es größer wird, sieht das dann zum Schluss aus wie so ein bisschen Schmetterlingsflügel. Und vom Muster her, Moment, ich straff es mal. So sieht's vom Muster aus. Und jetzt erklärt sich natürlich auch, warum Schmetterlingsflügel. Wenn man das dann einmal gewaschen hat und es ist dann ein bisschen gezogener, sieht das in der Ganze nämlich dann schon so aus. Und da erkennt man schon wunderbar den Schmetterling. Und das habe ich mir auch als Tuch gedacht. Aber halt nicht als klassisches Dreiecktuch, sondern mal was ganz anderes. Und das Muster finde ich einfach nur wunderschön. Könnt ihr mal sagen, was ihr darüber denkt. Aber ich finde das Muster einfach nur wirklich wunderschön. Hier hätten wir dann auch nochmal so eine Zacke. Also das geht nicht dann so, sondern wir haben dann im Prinzip hier eine Zacke. Und hier eine. Und hier eine. Und da eine. Ich ziehe mal eine Seite so, dass ihr es euch mal vorstellen könnt. Und das wäre dann im Prinzip so. Und dann auf der Seite auch nochmal. Einmal kurz in Länge gezogen. Das war jetzt so doller. So, jetzt könnt ihr es euch so ungefähr vorstellen. Also richtig klappt das nicht. Also so auf dieser Seite. Stellen wir uns jetzt einfach die Seite vor. Aber wie ihr seht, da sieht man schon wunderbar den Schmetterling. Und genau so wächst es dann weiter in die Höhe. Und die Seite wird dann auch zum Schmetterling. Die will gerade nur nicht so, wie ich das will. Aber nach der Waschmaschine will die dann auch. Ja, die Seite hier hatte ich schon mal probenass gemacht, um mal zu gucken, wie sich das Muster verhält. Deswegen fällt das hier jetzt schon anders wie hier. Das ist dann die Rückseite. Und das habe ich mir so als Tuch gedacht. So, und als letztes, das wollte ich eigentlich ursprünglich für Schneeweißchen haben. Aber meine Wolle, die ich dafür ausgesucht hatte, für Schneeweißchen, ist nicht kompetabel mit dem Muster. Ich habe da ganz große Probleme mit den Pailletten. Aber das Muster finde ich selber wirklich wunderschön. Und wenn man drüber streicht, fühlt sich das an, als wenn man durch Schnee geht. Also wenn man es so in der Hand hat und befühlt, dann hat man wirklich so das Gefühl, als ob man durch Schnee greift. Ihr könnt es euch mal genau angucken. Und wenn man dann bitte sagen, wollt ihr das haben, wollt ihr das nicht haben? Wie ihr seht, das wird auch ein Tuch. Allerdings halt kein glattes an der Seite, sondern wir haben dann immer diese Bögen. Das heißt, wir brauchen bei diesem Tuch keinen extra Rand. Den bringt es gleich mit. Halt nur in Bogenoptik. Und wenn man halt drüber streicht, ich weiß nicht, wer von euch die Bärntatze gemacht hat. Das ist ja auch ein Fühltuch. Und das hier ist halt auch eins. Aber das war leider nicht kompetabel mit den Pailletten. Und so sieht es von nahen aus. Ich ziehe es gerade mal wieder. Moment, mein Finger da rein, ein Finger da rein. Und ich ziehe. Ihr könnt doch nochmal genau gucken. Und das ist halt ein wunderbares Fühltuch. Also es sieht optisch schon sehr schön und edel aus. Gerade dadurch, dass es halt seinen eigenen Rand mitbringt. Ist auch gehäkelt. Also gestrickt von den ganzen Mustern. Ist wirklich nur das Grüne. Der Rest ist alles von der Häkelnadel. Und das war eigentlich mal für Schneeweißchen gedacht. Wollt ihr davon ein Tuch haben? Oder sagt ihr, ach nee, das mag ich nicht. Das will ich nicht. Lasst es mich mal wissen. So, wir hatten jetzt das gestrickte, Muster Nummer 1. Die Kästchen, Muster Nummer 2. Das, was ihr schon kennt, Muster Nummer 3. Der Schmetterling, Muster Nummer 4. Und unser zarter Frühschnee ist dann Muster Nummer 5. Ich finde, Frühschnee passt zu dem wirklich. Weil es fühlt sich so an. Es fühlt sich wirklich so an, als wenn man so über frischgefallenen Schnee geht. Nur nicht so kalt. Das ist halt wieder so ein Tuch, was man eigentlich den ganzen Tag in der Hand haben kann. Wie es bei der Bären-Tatze halt auch ist. So, da haben wir sie alle. Und an diesen Mustern sitze ich momentan und bastle an ihnen ein bisschen rum. Und bin da so am Tüfteln. Hier weiß ich, bin ich mir wirklich noch nicht sicher, für was man das einsetzen könnte. Irgendwo finde ich, es hat was. Es macht auch wirklich mega viel Spaß, das zu hickeln. Aber ich bin mir noch nicht sicher, für was man das einsetzen könnte. Hier ein Frühlingspulli, eine Jacke, ein Sommerschal, Frühlingsschal, irgendwie sowas in dieser Richtung. Oder für den Herbst würde er auch gehen. Für den kalten Winter dann denke ich mal eher weniger. Aber für den Herbst wird es auch funktionieren. Oder man macht so eine Art Überwurf davon. Das würde vielleicht auch ganz gut aussehen. So, hier haben wir den Schmetterling. Hier dann das. Bei den dreien lasst mich mal wissen, ob ihr dann den Mustern Interesse habt. Bei dem weiß ich, habt ihr schon Interesse bekundet, schon im Community-Bereich. Aber bei den beiden bin ich mir halt noch nicht sicher. Lasst mich das mal wissen, was ihr zu Muster 4 und 5 denkt. Wollt das haben, wollt das nicht haben. Muster 3 weiß ich, wollt das schon haben. Und bei den zwei Sachen, wollt das haben und wenn ja, für was wollen wir es benutzen. Also bei dem bin ich mir wirklich aber sowas von noch gar nicht sicher. So, meine Lieben. Ich bin mal gespannt, was ihr mir jetzt schreibt. Was ihr zu den ganzen Musterversuchen sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich schon über viele Ideen von euch. Sage Dankeschön fürs Anschauen. Und Tschüss, bis zum nächsten Mal.